Servus Freunde des Ballsports. Es hat zwar nichts direkt mit der Bundesliga zu tun, trotzdem ist es eine News, die ich finde, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte, denn Cristiano Ronaldo, sein Wechsel ist nun fix. Das berichten übereinstimmende Medien und unter anderem auch Fabrizio Romano haben das jetzt berichtet. Offiziell ist es natürlich noch nicht verkündet, dass wir denke ich dann feierlich irgendwie im Neujahr oder sonst wie stattfinden und es ist ein Deal, der es in sich hat. Cristiano Ronaldo, der wurde mit sämtlichen Topklubs in Verbindung gebracht, der wurde allen Klubs in der Bundesliga angeboten, dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und nun wechselt er für zwei Jahre in die Saudi-Arabische Liga zu Al Nasser und wird dort eben circa 75 Millionen Euro pro Saison verdienen. Des Weiteren sollen angeblich 100 bis 200 Millionen Euro obendrauf kommen, die er dann für ein weiteres Jahr als Repräsentant für die saudi-arabischen Marken bekommen würde. Also ein Gesamtvolumen von mindestens mal 300 bis 400 Millionen Euro und das ist natürlich eine absolute Stange an Geld. Fabrizio Romano, der berichtet sogar von 200 Millionen Euro pro Saison, die er da verdienen würde. Dabei wären aber alle Medienrechte quasi schon mit drin, alle Werbungen und so weiter, die er dann für Saudi-Arabien abdrehen würde. Also egal wie, er wird auf jeden Fall richtig viel Kohle verdienen und dann dafür natürlich, ja sportlich muss man sagen, seine Karriere eigentlich schon quasi beenden, muss man eigentlich so festhalten, weil die saudi-arabische Liga, die ist absolut irrelevant. Die haben nichts mit irgendwelchen europäischen Top-Bühnen zu tun. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass jetzt nicht irgendwie die Zahlen von Zuschauern da in die Höhe schnalzen werden oder sonst irgendwas. Nein, ich gehe ganz fest davon aus, dass Cristiano Ronaldo möglicherweise nach diesen zwei Jahren aktiv dann seine Karriere beendet. Möglicherweise spielt er noch die Euro in Deutschland mit mit Portugal, aber das, also dann maximal als Ersatzspieler. Ja, muss man sagen, er hat das ja in dieser Saison nicht leicht gehabt. Die schlechteste Saison seiner Karriere muss man halt einfach mal so festhalten. Aber was soll ein 37-jähriger Spieler auch sagen? Die meisten Spieler in seinem Alter haben bereits die Karriere an den Nagel gehangen und Cristiano Ronaldo ist immer noch topfit. Zwar nicht mehr so treffsicher wie früher und auch nicht mehr so spritzig wie früher, aber trotzdem noch immer ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, was haltet ihr von diesem Wechsel? Hättet ihr Cristiano Ronaldo gerne nochmal in einem anderen Klub gesehen, gerne in einer anderen Liga als die saudi-arabische Liga wahrscheinlich. Aber ja, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.